Wir haben gestern haben sie 1,2 GB gepatcht, Rock of 3 und es war halt ein Hotfix, das ist halt so schlimmer als Volvo. Also Dota kriegt auch ein Hotfix manchmal für ein paar oder den BG. Aber die haben halt wirklich 1,2 GB gepatcht und alle Leute denken so, boah, Leather, klar, System, aber das war einfach nur ein Hotfix für Custom-Games oder so, oder irgendwie sowas, oder für Funmaps oder irgendwie sowas. Also Undead ist tatsächlich die zweite, meine zweitbeste Waste, aber bei far schlechter als Human. Wie du willst, können wir später noch ein bisschen Undead later, wenn du noch da bist. Oder nach dem Game, kannst du mich erinnern, dann switche ich. Aber sonst werde ich es natürlich vergessen. Aber wenn ich es hier baue, wie ist das bis hier hin? Ich hoffe. Ich sehe es auch so, wenn ich jetzt auf dem Spiel, dann bin ich auch ein bisschen fokussierter, logischerweise. Ich bin ja trotzdem so ein Mensch, der ja recht viel geredet beim Spiel. Was ist? Ja mein Lord, ihr braucht meine Hilfe. Es ist mehr Gold erforderlich. Nun macht schon. Da bin ich ja mal gespannt. Was? Ich kann hier nicht bauen. Was ist das diesmal? Sag das Zauberwort. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ihr braucht meine Hilfe. In den Kampf. Es ist mehr Gold erforderlich. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Was ist? Einsatzbereit. Da bin ich ja mal gespannt. Was ihr wolle. Was ist es diesmal? Was auch immer. Befehle fehle. Schon unterwegs. Verstanden. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Einfach das Zauberwort. Ich bin von meiner Exe weg. Er kann schon da rumgehen. Das kann passieren. Was ist? Ich geh dann mal. Was ist es diesmal? Was ist? Was braucht ihr? Da bin ich ja mal gespannt. Einsatzbereit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Jawohl mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe. Ich hab's halt so Hunger Niklas. Jedes Mal du mit deinen Emotes. In Ordnung. Ihr wollt achten? Nun macht schon. Mehr Arbeit? Wichtig. Da bin ich ja mal gespannt. Das Ding ist, ich glaube er hat irgendwie nur einen Archer gebaut und einen super schnellen Tech. Wir haben unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, mein Leben, Schell. Ich hab gestern auf der Map schon gegen den Warden verloren, weil es so mega broken ist. Na gut. Was ist denn da? Das fühlt sich halt irgendwie sehr schlecht an. Ihr braucht meine Hilfe? Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Was ist? Ja, mein Lord. Was braucht ihr? Wir brauchen meine Hilfe? Der war auch sehr angeschlagen, also er hat sehr ineffizient gekreppt. Was ist denn, dass ich einen eingebaut hab? Ne. Wir müssen hier ein bisschen mehr Wut haben. In Ordnung. Da bin ich ja mal gespannt. Bereit zur Arbeit. Ich hätte mir den Berserker doch kaufen müssen, aber der kostet wieder Holz. Ihr braucht meine Hilfe? Da bin ich ja mal gespannt. Was ist es diesmal? Was auch immer. Bereit zur Arbeit. Nun macht schon. Nun macht schon. Einsatzbereit. Ich kann es kaum erwarten. Arbeit ist vollbracht. Ihr braucht meine Hilfe. Hört das Zauberwort. Schon unterwegs. Ja, deswegen wollt ihr töten. Was braucht ihr? Lass mich mal ran. Was ist es diesmal? Der TP da. Na gut, wenn der P da DP, dann DP ich auch weg. Und tatsächlich kann ich jetzt einfach zurückmusen. Dadurch, dass er TP benutzt, ist es super teuer für ihn. Perfekt. Bereit zur Arbeit. Was? Ich brauche hinten noch einen Arken Tower, weil der normalerweise mich jetzt gleich arresten gehen wird. Also mit Thresher Worker, Sniper und so. Das Spot ist ja mega greedy. Wenn der jetzt kommen sollte, müsste ich auch gefehlen. Wenn ich jetzt einen Shredder kaufe, das hat super Value. Außerdem habe ich ihn vor seiner Map-Hälfte quasi weggestohlen. Stohle. Wem wollt ihr töten? Meine Hilfe! Meine Hilfe! Ja, mein Lord! Ausbau abgeschlossen! Ich bin mal gespannt! All dem kann ganz gut sein. Das ist es diesmal. Perfekt. Mehr Arboid? Es ist mehr Holz erforderlich. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Zeit bis... Arboid ist ja mal gespannt. Das ist ein bisschen blöd. Ich will eine Heeskolle haben. Ich glaube, da muss der Erde wie Tag. Das ist blöd. Sag das Zauberwochen. So. Wenn Tag wird, ist das quasi ready. Ich hab schon. Aber dann kann ich so ein bisschen diesen Fock quasi abwärten. Was soll man denn für eine Strategie spielen? Das könnte gut sein, dass er jetzt versucht zu hexen. Was auch immer. Das gemütliche Gehilfe. Das war auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, er hat irgendwie zwei Archer verloren. Tatsächlich bin ich fast nur... Oh, da ist wieder was alles angeschlagen. Und deswegen hab ich jetzt auch die Heeskolle gekauft, dass ich diesen einen Fock quasi abwenden kann. Perfekt. Liebend gern. Er ist nicht geäxt. Wenn er nicht äxt hat, hab ich keine Lust in den Level-2-Fock reinzubauen. Was ist? Ja, mein Lord. Was? Na gut. Ja, mein Lord. Dann quippen wir einfach selber weiter und versuchen, möglichst viel von der Map für mich zu nehmen. Was ist das diesmal? Ja, mein Leadschel. Ja, der kommt natürlich direkt in meinen Popo rein. Was braucht ihr? Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Was auch immer. Oh, wollte es Putt drauf. Ja, macht schon. Ihr braucht meine Häuser. Oh, wollte es Putt drauf. Ja, der übrigens gegen die Gif-Crips. Die Gif-Crips haben sich tatsächlich gegengetört. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, wollte es Putt drauf. Für den Ruhm. Ausbau abgeschlossen. Perfekt. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Was? Wichtig. Ich kann hier nicht bauen. Ich geh dann mal. Kannst du das auch machen? Bitte bauen. Wenn ihr diesen Auftrag gebt. Wäre sehr nett von dir. Ich geh dann mal. Der kommt da noch raus. Bin mir nicht ganz sicher. Perfekt. Das wird mit. Was sind wir alle? Ihr braucht meine Hilfe. Was auch immer. Na gut. Wer will noch allen? Wer macht schon. Oh, er hat es rausgeschafft. Da bin ich ja mal gespannt. Perfekt. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass er jetzt so viele Druiden verloren hat, er ist recht schwer haben, aufzupritten. Also er müsste es erst mal re-placen und das möchte er bestimmt nicht mit Druiden re-placen, oder? Aber alles verbraucht! Aber alles verbraucht! Aber alles verbraucht! Wartet, bis ihr mich in Aktion seht! Kann ich euch helfen? Unsere Streitkräfte werden angeregt. Nun, meine Hilfe! Forschung abgeschlossen. Unsere Stadt wird belagert. Locker! Arbeit ist vollbracht! Arbeit ist vollbracht! Arbeit ist vollbracht! Da bin ich ja mal gespannt! Level 3 ist aber auch tatsächlich ein sehr bescheidenes Level, glaube ich, grad fehlen. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht! Unsere Stadt wird belagert. Abgeschlossen! Was ist? Nun macht schon! Was auch immer! Kommt er mir wieder entgegen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wenn wir sehen, vielleicht hat er einen Centio gestellt. Was auch immer! Ich muss jetzt direkt über 50 gehen, was auch nicht so cool ist. Ihr braucht meine Hilfe! Warte, ich sollte vielleicht einen Steph noch schnell kaufen. Perfekt! In Ordnung! Forschung abgeschlossen! Genial! Nun macht schon! Auf zum Creepen! Hier habe ich auch gar nicht mehr so viele Towers, ne? Kommt ein Lose vor! Ganz wenige gebaut! Vorbildlich! Ich bin nicht schlecht bildlich! Ich bin Human! Ich muss Tower bauen! Da bin ich ja mal gespannt! Gebt ihr was zu tun! Ich bin nicht schlecht! Ich bin nicht schlecht! Die Flüge von allen Lüchtern, ihr Feuer und Trots sind! Drei! Bewegung! Da bin ich ja mal gespannt! Unsere Streitkräfte werden angegriffen! Wir nutzen jetzt einfach die Tanks aus, um quasi ein bisschen Quicken zu gehen. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Ihr braucht meine Hilfe. Gebt mir was zu tun? Was ist das diesmal? Ich habe keine Angst. Gebt mir was zu tun? Ihr braucht meine Hilfe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und ich habe die Startpost, ich habe ja das Lab auch schon gequillt. Und da unten habe ich das große Item mitbekommen. Nicht genug Mana. Was ist das diesmal? Nun macht schon los. Ihr braucht keine Hilfe. Aber wer hätte das gedacht? Ich versuche mal hier irgendwie den Blacksmith zu finden. Aber dieser hier. Was ist das diesmal? Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Was verlangt ihr von mir? Oh, das hat geklappt. Das hat nie klappen dürfen. Ich habe keine Ahnung, wieso das geklappt hat. Also mit Repair läuft das. Das hältst du halt. Und mit den Upgrade. Sag mal, für die Armour und Upgrade. Was ist das diesmal? Auf eurem Befehl. Wir hatten diese Fluss nicht mehr Gefahr. Trotzdem. Mountain Giants. So, so. Mehr Arbeit? Ich kann hier nicht bauen. Richtig. Was? Na gut. Nun macht schon. Was auch immer. So, jetzt haben wir die Map leer zu quippen. Was ist? Ihr braucht meine Hilfe? Für den Ruhm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist vollbracht. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Da bin ich ja mal gespannt. Auf euren Befehl. So, schauen wir mal, ob noch was Großes da ist, was die Spots angeht. Was hat mir das noch mit Talents geklappt? Könnt ihr euch erinnern? Ganz, ganz bloß. Wer hat da schon den Switch into was anderes vor? Also ich schaue, dass ich eine zweite Bewerks hätte. Vielleicht wird es mit dem natürlich jetzt nicht irgendwie finishen können. Was verlangt ihr von mir? Ihr braucht meine Hilfe? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wäre noch ein bisschen Micron-Sollen. Aber es ist halt wieder ein Spot, den ich bekomme, der wir ja nicht bekommt. Normal, das gleiche Item. Stell dir mal vor, ich finde, das ging handelt. Was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mehr Arbeit? Noch irgendwo Worker? Was? Richtig. Ihr braucht meine Hilfe? Ich habe keine Angst. Da bin ich ja mal gespannt. Also die Map ist jetzt quasi gequipt. Also bei das muss man davon ausgehen, dass es gequipt wurde. Fast fünf, dreieinhalb, fast drei. Das hätte ich auf drei machen sollen. Forschung abgeschlossen. Wie denn hat der Backsmith gesucht? Da bin ich ja mal gespannt. Wenn ich jetzt auf Mortar Knight switche... Dann habe ich schon die Updates teilweise ganz gut. Ich kann es kaum erwarten. Was? Ich geh dann mal. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Du sagst, das sind Tower? Nein, das sind Tower. Ihr braucht meine Hilfe? Was auch immer. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist es diesmal? Nun macht schon. Arbeit ist so brav. Wartet, bis ihr mich in Aktion zieht. Arbeit ist so brav. Arbeit ist so brav. Du hast nicht der Gefahr. Nun macht schon. Wir krasst du da. Ich habe keine Angst. Was ist es diesmal? Was verlangen wir von mir? Was ist es denn diesmal? Was ist es denn diesmal? Uns liegt der Gefahr in draußen. Da bin ich ja mal gespannt. Es soll geschaffen. Arbeit ist so brav. Arbeit ist so brav. Arbeit ist so brav. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Arbeit ist so brav. Ihr braucht meine Hilfe? Oh, das darf man nur können. Da bin ich ja mal gespannt. Perfekt. Nun macht schon. Forschung abgeschlossen. Ihr wollt Angst auf euren Befinden? Was ist es diesmal? Ich habe keine Angst. Wo ihr braucht meine Hilfe? Ich habe keine Angst. Da gleich wieder. Wo ihr braucht meine Hilfe? Was ihr wollt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann bin ich ja mal gespannt. Was ist es diesmal? Gebt mir was zu tun? Nun macht schon. So kommt da eigentlich ein Knight vorbei. In Ordnung. Auf eurem Befinden. Ihr habt hier. So kommt da ein Knight vorbei. Ah, dann fängt er vorbei. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sind sie denn vielleicht die geschlossen? Getarnt. Oh, der dann. Das ist das. Aber Goldmine gibt nicht mehr viel mehr. In Fury. Frostami ist der. Könnte mal hin, bevor ich ihn zurückschicke. Oh. Huch. Okay. Okay. Okay.